Das 9. und 10. Jahrhundert wird als Tiefpunkt des Papsttums als Saeculum Obscurum bezeichnet. Das Amt wurde zum Spielball römischer Adelsfamilien. Der Papst blieb allerdings Oberhaupt der Kirche. In 65 Jahren gab es 20 Päpste. Ein Drittel der Päpste des 9. und 10. Jahrhunderts beendete das Leben auf unnatürliche Weise. Zentral ist Theophylakt und seine Familie. Er stammte vermutlich aus einer Familie, die während der griechischen Zeit in und um Rom zu Macht gekommen war. Sie vereinigte kureale und städtische Positionen. Ihm und seinem Netzwerk war es wichtig, willfährige Leute auf den Papsttum zu setzen. Bedeutend war neben ihm seine Tochter Marosia, die mit dem Magdgrafen von Spoleto verheiratet wurde. Sie ist Kirchenhistorikerin ein besonderes Gräuel und wird als geliebte Papst Sergius III. und Mutter Papst Johannes XI. denunziert. Sie wurde in ihrer Macht 932 von ihrem Sohn gestürzt. Dieser Alverich II. war dann der eigentliche Herrscher Roms und führte auch den Prinzepstitel. Sein Sohn Octavian wurde schließlich als Johannes XII. Papst und vereinte wieder alle Macht in einer Hand. Nachdem Papst Johannes VIII. bereits von seiner Familie vergiftet wurde, wurde 897 der Leichnam des gerade erst verstorbenen Papstes Formosus, der Arnold von Kärnten zum Kaiser gekrönt hatte, aus dem Grab gerissen, im vollen Ornat auf dem päpstlichen Thron gesetzt und angeklagt. Dieser Vorgang wird auch als Leichensynode bezeichnet. Er war, gerade weil er Arnulf zu Hilfe gerufen hatte, in Konflikt mit italienischen Adeligen geraten, die sich so an ihm rechten. Offiziell ging es um Verfehlungen vor und während der Amtszeit. Erstens Formosus habe gegen das Translationsgebot verstoßen. Dieses verbietet einem Bischof den Wechsel in eine andere Diözese. Bevor Formosus Papst wurde, war er Bischof von Porto bei Rom. Zweitens, er wurde von seinem päpstlichen Vorgänger wegen Verschwörung gegen Kaiser und Papst bereits exkommuniziert. Und drittens leistete er einen Eid, nie wieder geistliche Ämter anzustreben. Wie beabsichtigt wurde Formosus in allen Punkten schuldig gesprochen und an der Schwurhand verstümmelt. Alle von Formosus gespendeten Weihen wurden für nichtig erklärt. Davon profitierte wiederum vor allem der verantwortliche Papst Stephan VI., der ebenfalls schon zuvor von Formosus eingesetzter Bischof war und dessen Problem damit aus der Welt war. Formosus Anhänger haben daraufhin Papst Stephan VI. eingekehrt und eben dort erdrosselt. Damit war die Sache noch nicht erledigt. 903 konkurrierten drei Männer um den Papstthron, von denen sich Sergius III. durchsetzte. Er beseitigte seine Konkurrenten, indem er die Gefangenen aus Mitleid umbringen ließ. Auch der sonst politisch erfolgreiche Papst Johannes X. soll im Kerker erdrosselt worden sein. Auf ihn folgten nach zwei kurzen Pontifikaten der Sohn Papst Sergius III., Johannes XI. Der Sohn Papsther Haller, der ist in den Abonniertel. Sohn Papstherrn und der Sohn Papstherrn und der Sohn Papstherrn. Das ist vor allem bei der Sohn Platform am Ende des Anliehosemberg. Imosu bindet sich die Menschen nach einzelnen Verwandern und den Sohn Papstherrn. Vielen Dank.